Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ja, wir können befreit aufspielen, es sind glaube ich noch zwei Spiele, wo wir eins gewinnen müssen, oder? Genau, also entweder die letzten beiden Spiele eins gewinnen oder beide unentschieden spielen, aber wir haben bisher gerade mal ein Unentschieden geschafft in der Saison, deswegen sollten wir wohl eher auf den Sieg gehen und am besten direkt im ersten Spiel. Und wir spielen wieder mit Tavis, ich hoffe, dass sich das Team weiterhin so geil anfühlt, wie es halt angefangen hatte, in den ersten beiden Spielen. Und wir können mit der Saison ziemlich zufrieden sein, haben relativ schnell die Klasse gehalten, hatten natürlich auch Glück, aber ich würde sagen, es war Glück des Tüchtigen. Ich habe versucht, in jedem Spiel ruhig zu bleiben, auch wenn es überhaupt nicht lief, auch wenn ich überhaupt gar keine Chancen gehabt habe, auch wenn der Gegner mich absolut dominiert hat. Und ja, es gab zwei Spiele, die ich dadurch noch gewonnen hatte, also unverdienst. Das eine Spiel hätte unentschieden ausgehen müssen, das habe ich gewonnen, das andere Spiel hätte ich sogar verlieren müssen, das habe ich gewonnen. Und das lag einfach nur daran, weil ich eben hart geblieben bin. So, wir haben es auch jedem dem Champions League da gegeben, das heißt einmal Katalyst links und einmal Katalyst rechts, also Tempo und Pass verstärkt. Perera hat Schuss und Pass bekommen und ja, Teppes haben wir jetzt schon seit Anfang an. Tempo, Schuss, Physix, da wusste ich eh nicht so richtig, was ich ihm da geben soll, weil bei ihm eigentlich jeder Wert, der relevant ist, schon geil ist. Pass ist mir egal, Defense natürlich auch und habe mich dann einfach für ein Paket mit drei Werten entschieden. Tempo ist, denke ich, immer gut irgendwo, auch wenn es nicht so wichtig ist. Schuss sowieso immer gut beim Stürmer und Physix auch, dribbeln kann er schon sehr gut. Natürlich kann er auch schon sehr gut schießen, ist schon sehr schnell und hat schon eine gute Physis, aber ja, ist egal, wenn halt alles bei ihm gut ist, irgendwas möchte ich halt trotzdem verbessern. Ich könnte, hätte er auch Basic lassen können, aber dann wird halt auch so ein Wert wie Defense und Pass gestärkt, was ich ja gar nicht möchte. So, schneller Sturm auf jeden Fall mit Sturridge und Sanchez und Villian. Sturridge im Mittelfeld mit De Bruyne, ach, der andere Name fällt mir gerade nicht ein, ne, Fabregas und der in der Mitte fällt mir gerade nicht ein. Ja, aber ihr kennt sie alle, war ein sehr gutes Team auf jeden Fall. Aber ruhig bleiben, konzentriert spielen, wenn ich jetzt die beiden letzten Spiele in der Saison verliere, scheißegal, äh, Silber, genau, Thiago Silva, Thiago Silva, David Silva. Ja, wenn ich jetzt die letzten beiden Spiele verliere, ist es blöd für meine Serie A, aber ist auch okay, also damit kann ich leben. Sehr gut von Tevez. Wir haben die Klasse gehalten, das war erstmal wichtig. Und wir haben, wie gesagt, die Klasse gehalten in einer Saison, wo wir zwei Spiele unverdient gewonnen haben, die wir hätten nicht gewinnen sollen. Deswegen alles gut. Sehr schön. Gute Zusammenarbeit war natürlich schon nicht geplant, aber es passt schon. Ich glaube, der Gegner ist einer von der aggressiven Sorte. Schöner passt auf Ansaldi. Ich wollte eigentlich in den Rückraum spielen auf Pereira, deswegen war ich überrascht, dass, deswegen war ich so überrascht, dass, äh, Tevez Bell durch den Ball hatte. Und deswegen habe ich nicht schnell genug abgeschlossen, muss ich zugeben. Also habe ich wahrscheinlich wieder mal eine, habe ich wahrscheinlich wieder mal einen Scorer-Punkt meinem lieben Tevez geklaut. Oh, was ist denn das von hin und her hier? Und er macht natürlich das Tor, aber das war jetzt echt ein totaler Slapstick. Hin und her, hin und her, hin und her. Ja, aber ehrlich gesagt, ich gebe mir hier gute Chancen, ich glaube, der Gegner ist nicht gut. Also zumindestens die ersten Sekunden haben sich so angefühlt, als wenn der Gegner nicht der Beste wäre. Hier haben wir die Ecke. Die hoffentlich auch gleich rein geht. Schade, da ist natürlich auch keiner von mir. Und der Ball kommt. Ja, er hat jetzt zu lange gewartet mit seinem... Oh, ich wollte schon sagen, nicht direkt noch so ein Ding. Er hat relativ lange gewartet mit seinem, äh, Rumgealber da mit Alexis Sanchez, wodurch halt meine Verteidigung Zeit hatte, nachzurücken. Kann man leider trotzdem zu einem guten Abschluss. Komisch, dass sich hier Willian noch durchsetzt, aber ist mir erstmal egal. Nichts passiert. Ich wusste es. Ich habe einfach gewusst, dass er, wenn es da schneller ist und sich da durchsetzt. Richtig geiler Pass. Da hätte ich vielleicht nochmal in die Mitte auf Naingola anlegen können, aber ich glaube, da war auch der Gegenspieler zu nah. Also wahrscheinlich war das schon die richtige Idee, damit Teppes abzuschließen. Nein! Oh, was ist das denn? Nicht aufregen, wichtig. Sehr gut. Ach, nein, durch die Beine. Nicht so gut. Weg ist halt super schnell und aggressiv, was eigentlich meistens schön ist, wie man jetzt hier auch gerade sieht, aber manchmal geht es halt... Oh, manchmal geht es dann halt einfach zu schnell und man bekommt ein Tor, wie jetzt von Sanchez, was, ja, ärgerlich war. Ich würde auch nicht sagen, dass es schön rausgespielt war. War einfach Glück, dass da ständig Ping-Pong, Ping-Pong gespielt wurde und der Ball dann halt schnell wieder weg war. Oh, nein! Da war Lichtsteiner direkt tatsächlich nochmal dran. Nach der Krätsche. Jetzt hat er aber auch wieder Glück, dass er hier wieder die zweiten Bälle bekommt. Ja, bei den Distanzschüssen müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, weil er hat ganz gute Distanzschützen. War es auch schon der zweite wirklich gute Distanzschuss. Ich versuche mal hoher Druck, ich versuche mal hoher Druck. Können wir mal auf Offensiv gehen. Das ist irgendwie eine sehr ungünstige Position, muss ich zugeben. Okay, aber... Oh, nein! Und dann geht der an die Hose oder was? Der passt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Sehr schön. Schön von Rossi. Anzaldi. Ach, und wieder schafft er es noch irgendwie mit seinem Turban reinzukommen. Sehr, sehr ärgerlich. War jetzt schon die zweite wirklich gute Situation. Und wie gesagt, ich denke auch schön rausgespielt einfach. Was der Gegner halt bisher leider nicht gemacht hat. Was heißt leider zum Glück nicht gemacht hat. Da kommen wir immerhin in den Einwurf. Also Anzaldi gefällt mir echt gut auf der Seite, muss ich sagen. Nein, der wäre einfach nicht so berauschend, aber er lässt sich schön spielen. Da lag diesmal die Ballannahme unserem Torschuss im Weg, aber wie gesagt, wenn das so weitergeht, ich traue mir hier auf jeden Fall noch zu, das Spiel zu drehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach so leicht gegen ihn hier durchzukommen. Über außen, okay, das hat er mal besser verteidigt, aber das sind wir eigentlich schon wieder durch. Ah, diesmal wollte ich gerade noch schnell in die Mitte ziehen, hatte ich gar nicht geklappt. Und wir waren zuletzt dran, ärgerlich. Ich will natürlich auch mal wieder versuchen, durch die Mitte zu kommen, aber er macht es mir halt einfach über außen so leicht. Was soll ich da machen? Ja, wieder mein Fehlpass. Ach, Mann! Also Tevez war wieder schön durch, es war natürlich ein schwerer Winkel, um da ein Tor zu schießen, deswegen mache ich ihm da auch keine Vorwürfe, dass er es nicht geschafft hat. Aber der Turmann halt schon, was war das denn? Der Turmann halt schon wieder sehr gut reagiert, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich mache mir überhaupt keine Zeugen. Der Gegentreffer war ärgerlich, ich denke, ich bin der bessere Spieler, auch wenn es irgendwie gar nicht danach aussieht. Aber wie gesagt, wir haben nicht vergessen, seine Schüsse sind halt zu 90% Distanzschüsse gewesen. Und ich war halt, keine Ahnung, schon dreimal vorm Tor quasi. Und entweder habe ich einen Turmann angeschossen, oder was meistens passiert ist, ich bin nicht zum Schuss gekommen. Aber das sind natürlich deutlich gefährlichere Situationen. Das sind natürlich deutlich gefährlichere Situationen als ein Gegner seiner Distanzschüsse. Das hat leider zu lange gedauert. Aus so einem Winkel aufs Tor schießen, na alles klar. Ich wusste erst, dass er da hinspielt. Oh nein. Und es klappt auch noch. Ach, ist glücklich. Also es machen jetzt so viele, dass sie nach einer Ecke einfach mal auf die Außen spielen. Also auf den Spieler im Rückraum spielen und halt nicht mehr normal reinflanken. Aber ich finde, es funktioniert halt auch verdammt selten. Also es ist jetzt nicht so, dass das... Das ist eigentlich gelb. Es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch ständig dumme frisse. Also ich würde nicht sagen, dass es besser und öfters funktioniert, als jetzt zum Beispiel... Äh... Oh, als jetzt zum Beispiel eine normale Flanke. Also eine normale Ecke. Deswegen, ja... Mach ich es dann eigentlich lieber so... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, zum Glück. Ich hätte einfach gehofft, dass ich ihn vielleicht mit... Entsprechendem... Aggressiven... Anlaufen so verwirren kann, dass... Oh nein! Das ist nämlich ein Thermostat, aber übel. Den muss er doch machen. Krasser Schuss von Anzaldi erst einmal, aber auch gut gehalten. Och Mann! Also den hätte ich es echt machen können. Was für eine Parade von Tschech wieder mal. Lasst mich raten. Tschech wird am Ende wieder... Wird am Ende wieder bester Spieler. Oh, und er hat wieder das Glück, mit Sturridge durchzukommen. Das gibt's doch nicht. Zum Glück hat er so einen schlechten Abschluss. Oh, schönes Pacework-Spiel vom Gegner auf jeden Fall. Auf den wollte ich nicht flanken, aber das passt schon noch. Ist so leicht, über außen hier durchzukommen. Foul. So, jetzt bitte mal der Ausgleich, wenn's geht. Und... Och, genau in die Mitte. Fuck. Sehr gut von... Lichtsteiner hatte Rossi einfach viel zu lange gebraucht, um den Ball... Unter Kontrolle zu bekommen, leider. Also wir hatten wirklich extrem viele gute Chancen. Also wir waren so oft in der Box beim Gegner. Und hatten einfach... Zu oft die Möglichkeit... Ja, ich will nicht sagen, ins leere Tor zu schießen, weil der Turmann war ja noch da, aber... Alleine vom Turmann und vom Tor in der Box ist halt eigentlich leichter für den Stürmer ein Tor zu schießen, als für den Turmann das Ding noch zu halten. Und wir hätten jetzt bestimmt schon drei Tore machen können und es hat einfach nicht gereicht. Also wir haben einfach nie... Boah, das hat er mal gut verteidigt. Wir haben einfach nie das Ding reinbekommen. Das ist echt ärgerlich. Ach, ich dachte, er kommt durch. Boah, es war doch kein Foul. Es war doch kein Foul. Boah, es läuft aber gerade echt schlecht. Ach so, für Company. Okay. Ich dachte schon, er pfeift gegen mich hier. Aber meiner Meinung nach auch kein Foul von Company. Also hätte man einfach so weiterspielen können. Ach, es war doch ein Foul von mir und Company hat hier nur noch die gelbe Cutler abgeholt, wegen dem letzten Vorteil. Na toll. Nächstens noch der Ausgleich, komm schon. Ach, wenn da Alexandro hinfällt, ist es wahrscheinlich sogar wieder ein Elfmeter. Ach, Mann, Mann, Mann. Schöne Idee, aber das ist ein FIFA 16 halt so gut wie unmöglich, dass das klappt. Gehen wir mal auf totaler Angriff. Vielleicht schaffen wir doch wenigstens noch den Ausgleich. Also der wäre schon verdient, würde ich sagen. Überall ist verdient. Vielleicht mache ich es gerade wieder zu kompliziert, ich weiß es nicht. Das leckt übrigens auch leicht. Boah. Das wollte er nicht hin, deswegen kann er auf der nächste Pass scheiße. Oh, jetzt geht echt nicht mehr. Was sind denn da jetzt für Pässe? Vielleicht liegt es auch wieder an der Ausgleich, ich weiß es nicht. Also, mein Augen kein verdienter Sieg für den Gegner hier. Ich hatte so viele gute Chancen, aber ja, und Tevez hat wie gesagt eine nicht genutzt. Ich meine, Tevez hatte mehrere Chancen, wo er einfach mal hätte zeigen können, dass er so einen geilen Abschluss hat. Das ist echt schade. Tevez hat ja auch einen geilen Abschluss. Und wie gesagt, das ist einfach wieder mal das Problem, die Torhüter sind overpowered. Tschech hat einfach zu krasse Paraden rausgehauen. Naja, jetzt hat der Gegner immerhin schon... Immerhin schon drei, äh, ja doch, drei Alu-Treffer, aber einer davon war mit Tor. Also zwei Alu-Treffer, kann man sagen. Schon wieder so ein Pass zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Ja, das ist echt eine sehr, sehr Nieder... Äh, nicht eine sehr, sehr Niederlage. Eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage, wie gesagt. Das 1-0 hat der Gegner meiner Meinung nach Glück. Ähm, ja, Tschech ist natürlich der beste Mann auf dem Feld, war klar. Hat der Gegner meiner Meinung nach Glück. Und ich hatte einfach so viele bessere Chancen als der Gegner. Also, wo ich einfach komplett vorm Tor war und das Ding nicht reinkriege. Aber egal, so weiterspielen, dann gewinnen wir das nächste Spiel und dann steigen wir auch auf. Jetzt müssen wir halt das nächste Spiel gewinnen und ein Unentschieden reicht leider nicht. Aber ich bin ein guter Dinge. Tavis fühlt sich immer noch gut an und ja, es ist verärgerlich, dass er die Dinger da nicht reingemacht hat in den Situationen. Aber ich mache Ihnen ja keine Vorwürfe. Das waren einfach wieder mal Hammerparaden von Tschech. Was soll's. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxes. Bis zum nächsten Mal. Und ja, Daumen nach oben. Loben. Tschö, tschö.